So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Star Staber Online. In der letzten Folge haben wir Loke und Isolde, was heißt nicht wieder zueinander gebracht, aber haben da aufgedeckt, dass eigentlich Tristan die Hühner geklaut hat. Und die DbDU macht noch eine Willkommensfeier, da braucht sie noch einen Tag, um alles vorzubereiten. Ja, da haben wir dann die eine Quest hier in Jallerheim gemacht, die uns jetzt zu einer Theatertruppe geführt habe. Wo wir jetzt auch Mitglied sind. Und in der heutigen Folge werden wir mit der guten Susanna sprechen. Wir müssen nämlich noch eine Wettbewerbsbahn aufstellen. Wie schön, dass Jack endlich Hilfe schickt. Was? Jill hat dich geschickt? Ja, ja, solange ich Hilfe bekomme, bin ich froh. Also früher wohnte ein altes Ehepaar bei den Seepferdklippen. Aber vor ein paar Monaten sind sie weggezogen. Sie hatten ein großes Unglück. Erst sind ihre Tiere erkrankt, dann wurde das Wasser schlecht und der ganze Hof wurde unter Quarantäne gestellt. Zum Schluss war es so schlimm, dass sie alles an Frau Drake von der GIT zu einem Sportpreis verkaufen mussten. Ich weiß nicht warum, aber jetzt hat die GIT angefangen dort zu graben. Der Garten zerfällt mehr und mehr. Jedes Mal, wenn der Wind will, fliegen Teile vom Dach des Hauses auf die Wettbewerbsbahn. Wenn du alle Teile des Daches aufsammeln könntest, können wir die Bahn bald wieder eröffnen. Ich traue mich nicht, die Bahn zu eröffnen, solange sie nicht frei von Schutt und Müll ist. Das könnte richtig ins Auge gehen. Achso, ja, 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 ja. Achso, oh. Ja, also es war irgendwas mit Hühnern. Wahrscheinlich müssen wir jetzt noch Hühner einfangen. Ich dachte gerade irgendwie, dass ich aus Versehen mich verklickt habe. Vor allem, was haben die denn hier die Pfade zu suchen? Guck, 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 wird ein Huhn aufgehoben. Das geht zumindest leichter als hier die Hühner von den Sunfields. Von den Sonnenfeldern. So. Aua. Nicht blöd? Hallo? Da. Ja, noch einmal. Und dann weiter unten. Was haben wir hier? Ach, hier müssen sich bestimmt die Hühner platzieren, oder? Ach man, ich werde einen Huhn platzieren. So. Müssen wir hier wieder hier runterreiten irgendwo? Oh mein Gott, was ist das denn für eine Reitbahn? Die wird ja wieder überdimensional werden. Und da trifft auch schon die Fähre im Hafen ein. Die ist ja relativ flott unterwegs. Und da haben wir das letzte Hühnchen. Hühner auf der Bahn. Hühner auf der Bahn. So, jetzt haben wir die wieder hingeschickt und ich frage mich, was die GID hier bohren. Bauen die einfach nach Öl oder nach irgendwelchen Mineralien, Erzen, die sie dann verkaufen wollen, oder? Und ich bin ja wirklich gespannt, wo die Bürgermeisterin festhalten. Und was das auch überhaupt mit dem Haus da drüben auf sich hat. Sehr gut, bald können wir den Wettbewerb eröffnen. Super, jetzt sind die Hühner in Sicherheit, wenn wir reiten. Das alte Ehepaar von den Seepferdklippen hat die Farm ein GID samt der Tiere verkauft. Duh, ne? Die GID-Arbeiter scheinen sich nicht um die Türe zu kümmern, also habe ich mich derweil um sie gekümmert. Heute Morgen habe ich festgestellt, dass zwei Pferde weggelaufen sind. Einer der Arbeiter hat wahrscheinlich das Tor geöffnet. Diese beiden sind sehr gerissen. Sie finden immer einen Weg nach draußen. Nimm diese Zuckerwürfel und versuche sie zu finden. beeil dich, wenn die Bengel zurück sind, dann können wir die Strecke eröffnen. Das muss man nicht zweimal sagen, Susanna. Na, da. So, wo ist jetzt noch das zweite Pferdchen? Ach, da. So, wo ist jetzt bei dem Pferd bleiben? So. Ach komm, ich bin nur drei Meter weg. Los. Hopp, hopp. Ich denke, mit der Fee, Disziplin, 14, Ausdauer, 14. Muss ich dann nochmal gucken, wo das andere Pferd ist. Ja. So, da lasse ich das mal kurz hier stehen. Dann nehme ich mal das kurz mit. Dann kann ich die beiden nämlich zusammen dann dort hinführen. So. Jetzt kann ich mir das nicht überfinden. Ach, das ist ja wirklich Warmblut. Mit Sicherheit, oder? Ja. 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 Aber hat eine komische Mähne, irgendwie. Weil die halt so auf Beiseiten ist. Hat das, gibt das überhaupt bei den Pferden? Weil, ich habe eigentlich noch gar kein Pferd gesehen, das auf beiden Seiten eine Mähne hat. Also, wie ist er immer, auf einer Seite rumgeschlagen. Aber das ist mir eigentlich gar nicht bekannt, dass es sowas gibt. Also, ich habe eigentlich noch ein Tor basteln, damit wir die nicht nochmal irgendwie ausbüxen können. Super, es ist schön, die beiden Bänge zurückzuhaben. Nicht, dass sie sehr lange bleiben würden. Danke für deine Hilfe. Endlich kann ich das Jahrleimfeiterin wieder öffnen. Es kann losgehen, wenn wir ein Pistis versuchen. Ja. Ich kann ja dann mal gleich schauen, was ich überhaupt für Rufpunkte habe bei Jahrleim. Da war die Wettbewerbsmusik nur fünf Sekunden aktiv und dann wurde ich wieder von dem wundervollen Bimmeln unterbrochen. Da bin ich gerade falsch abgebogen. Und wo muss ich hin? Hier hin, ne? Und dann da hin. Okay, alles klar. So, ich denke mal, das wird er bestimmt dann auf anderthalb Minuten eigentlich gedingst sein. Yay! Super, du reist sehr schnell. Yay! Jetzt haben wir das freigeschalten. Gut, da werden wir jetzt noch so lieben. Doreen. Ich glaube, Doreen war die andere, die noch eine Aufgabe für uns hat. Dann haben wir Jahrleim schon abgeschlossen, beziehungsweise Jahrleim und Umgebung. Dann bin ich ja gespannt, was wir jetzt hier noch alles sugern müssen, um dort weiterzukommen. Hier ist wahrscheinlich halt die Hermann-Geschichte. Das wäre aber auch ein bisschen blöd, dass man da erst im Jorvik-Stall aufsteigen muss, um halt da mal irgendwie was rauszubekommen, wo der liebe Hermann ist. So, Doreen, was möchtest du denn von mir? Entschuldige, aber mir ist aufgefallen, dass du ein wenig betrübt aussiehst. Bist du traurig? Überwerte ich von all den Stallpflichten? Hätte ich die Bedrohung des pandimensionalen Bösen nachts wach? Zerr deinen Kopf hoch. Ich habe genau das Richtige für dich. Diese lebensveränderten Produkte bringen zu 100% wieder in den Sattel. Aber ja, ich spreche von Eichhörnchen. Hast du eine Nost, die du allein nicht knacken kannst? Wen rufst du dann? Eichhörnchen! Welcher pätzliche Freund folgt dir die Bäume hoch und hinein in die Tunnel? Eichhörnchen! Wer beherrscht die Welt? Eichhörnchen! Ich habe sämtliche Erntefett-Variationen bereit zur Adoption. Meine Eichhörnchen sind gut trainiert, können mit Pferden Schritt halten, passen in deine Satteltasche und meine Pferde sind einfach unschlagbar. Achso, das war es nur. Ja, aber ich... Ja, die sind halt schon niedlich, aber ich habe halt Norbert. Und Norbert, den gebe ich halt nur schweren Herzens dann ab. Deswegen, es tut mir leid. Ich weiß, das zu schätzen, aber nein, es tut mir leid. Vielleicht kaufe ich mir irgendwann mal eins zum Spaß. Aber ich wollte mir eigentlich auch mal eine Möbel kaufen. Habe sie auch nur beim Wollen geblieben. Und ja, jetzt haben wir 10 Minuten erst. Und das heißt, Dröbelwirbel, machen wir die Hauptquist weiter. Auf die bin ich ja jetzt schon extrem gespannt. Nee, ich muss... Ich muss hier hoch. Hochs. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich ein kleines bisschen Angst mit der Menge an Aufgaben, die uns ja jetzt nicht mehr so wirklich übrig bleibt. Und unseren Stufenaufstieg. Das wird da relativ knapp werden. So, liebe Frau Hulsworth, dann wollen wir mal anfangen mit dem Traumprojekt. Sind schon gar alle schon da. Dann sind wir ja auch komplett. James, du bist so klein. Nimm also nur eine Viertel Schlaftablette. Steck die Rübe in deine Ohren und leg dich auf den Tisch bereit. Ich bin bereit. Rüben auf ihre Plätze. Schlaftabletten geschluckt. Vivian, ich kann nicht so gut auf dem Rücken schlafen. Nach den Schlaftabletten bin ich so müde und kann mich nicht aus eigener Kraft umdrehen. Kannst du mich auf den Bauch drehen? Der ist ja wirklich extrem klein, der James. Hoffe, der erstickt jetzt nicht. Viel besser, danke. Jetzt liege ich sehr bequem. Jetzt kann ich sicher schlafen. Ja. James schläft wie eine Eule. Dann wollen wir mal sehen, ob es klappt. In einem Augenblick werden wir seine Träume projizieren bekommen. Lasst uns warten. Ihr dürft nicht schlafen. Dann geht es schief. Das ist ja sehr ungünstig, dass wir dieses Gebimmel ist, ne? Ach ja, stimmt. Stimmt, die gab es ja auch noch. Das war ja im vierten Teil, ne? Aber ich weiß gar nicht mehr, was er halt vom James wollte. Es hat funktioniert. Ihr habt etwas gesehen? Natürlich hat er alle Träume, wenn er träumt, sodass er von einem Mädchen entführt wird. Die sah nicht nett aus. Richtig gemein. Kein Wunder, dass er nicht schlafen kann. Jetzt bin ich hellwach. Was habe ich geträumt? Eine weißhaarige und eine weißgelettete Frau hat mich entführt? Wie schrecklich. Ich... Warte. Nein, ich kann mich nicht daran erinnern. Es ist einfach nicht in meinem Gedächtnis. Es ist nichts. Alex, weißt du etwas... Du siehst so erschrocken aus. Ja, kleiner Bruder. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich sogar sehr. Genau. Die Frau, von der du träumst, heißt Katja und es ist eine geheimnisvolle und böse Kreatur, die mit einem Bein in einer anderen Welt namens Pandoria steht. Sie hat dich vor ein paar Jahren entführt und wollte mich und mein Pferd im Tausch haben. Erinnerst du dich nicht? Komisch. Ich besiegte sie in einem Wettbewerb und durch ein Versprechen und einem alten Codex war sie gezwungen, unsere Welt zu verlassen. Komisch, dass du dich nicht erinnerst. Du musst es verdrängt haben. Ist vielleicht auch besser so. Katja, oi, wenn sie zurück ist, wird sie vielleicht der vierte Nachtreiter? Das kann den Untergang für alle bedeuten. Oh, oh. Gruselig. Was kann das für mich bedeuten? Die Frage ist ja, was das jetzt für uns bedeutet. Vor allem, wenn die Welt vom Untergang bedroht ist, dann bist du vielleicht nicht mehr der Mittelpunkt, mein kleiner James. Mach dir also nicht so viele Gedanken. Wir machen das schon. Vivian, denkst du, was ich denke? Stell dir vor, es ist Herr Sands und seine dunklen Kreaturen, die es irgendwie geschafft haben, Katja in unserer Welt zurückzubekommen. Was für Katja nur deren vierter Nachtreiter ist, dann hätten wir jetzt große Sorgen. Was sollen wir machen? Die anderen Nachtreiter finden? Aber, aber, aber. Hallo? Ihr sollt mir doch helfen. Jetzt habt ihr das vergessen. Ich bin derjenige mit dem Problem. Ich bin so müde. Ich will keine Albträume mehr haben. Jetzt, Mädels. Herr Hulsworth, was sollen wir denn tun? Ich habe eine Lösung für dich vorbereitet, James. Sei nicht traurig. James, du darfst nicht zuhören, wenn ich Vivian Anweisungen gebe. Also zurück mit den Rüben in die Ohren, während ich mit Vivian spreche. Wir machen das so. Wir werden die Albträume aus seinem Unterbewusstsein verscheuchen, indem wir ihm ein Schreck verpassen. Vielleicht wird er auch noch ein paar andere Sachen vergessen, aber etwas Schwundes immer. Hört nun zu. Ich bitte, dass du dieses Laken nimmst. Damit kann man sich als Gespenst verkleiden. Reite zur Damaskusmine, verstecke dich drinnen links. Währenddessen werde ich James hypnotisieren und ihn zur Miene locken. Wenn er kommt, dann springst du hervor und erschreckst ihn. Wenn es klappt, dann wird er alles vergessen und sein Albtraumproblem wäre gelöst. Hast du alles verstanden? Begib dich zur Miene und erschreck dich nicht an, James. Viel Glück. Erschreck dich nur nicht selbst vor dir. Ja, andere würden sagen, komm, ab zum Psychologen, um halt das zu verarbeiten, was ein Unterbewusstsein ja, gerade irgendwie zu verarbeiten versucht. Und Husa sagt, komm, erschreck ihn einfach und da sind alle Probleme gelöst. Genau so läuft das eigentlich. Da kann man sich so viele psychologische Kosten sparen. So, was ist denn jetzt hier? Ist hier irgendwas? Nö. Hä? Naja, wer weiß. Wer weiß. Habe ich das Lagen jetzt mitgenommen? Ja. Ja. Und das war ja ein sehr schöner Schrei. War es das nur du? Ob ich Angst hatte? Nicht so viel. Das war ja nichts. Wer hat schon Angst vor einem Gespenst? Warum spielst du vor Kleidung in der Miene? Ein Teil meiner Kur, um meine Albträume zu vertreiben? Äh, welcher Albtraum denn? Ich bin also geheizt, sagst du? Okay, hört sich gut an. Ich fühle mich, als wäre eine große Last von meinen Schuttern genommen worden. Ich fühle eine gewisse Harmonie, die ich nie zuvor gefühlt habe. Komisch. Ich danke dir, Vivian. Ich kehre nur nach Fort Pinter zurück. Viele Grüße an Frau Hulsworth. Ich bedanke mich für alles. Mein Problem. Immer wieder gerne, James. So, dann werde ich mal, also hoffe ich mal, dass wir relativ jetzt wieder neue Aufgaben bekommen für die Hauptquest und nicht nochmal einen Tag warten müssen. Das wäre auch ein bisschen blöd. Er hat einen Schreckschluck aufbekommen. Er hat verwirrt gewirkt. Perfekt, dann ist er fürs erste geheilt. Das Geisterkostüm war aber auch gruselig. Vielleicht kannst du es hier mal für Halloween leihen, wer weiß. Passen wir mal zusammen. Wenn Katja wirklich der vierte Nachtreiter von Dark Core ist, dann sitzen wir nun in der Patsche, Vivian. Ich fühle, dass sie zurück ist. Warum soll der James so uns plötzlich von ihr träumen? Wir müssen wirklich die Augen offen halten, Vivian. Es sind komische Zeiten in Jorvik. Die Wolken verdichten sich und die Dunkelheit wird immer schneller. Wir werden dagegen kämpfen. Ich wünschte, wir könnten sofort loslegen, aber die Druiden brauchen ihre Zeit. Wir sehen uns bald, Vivian. Ich denke, dass es das Beste ist, wenn wir dem Bewahrer Aidenis erzählen, dass Katja zurück zu sein scheint. Auch wenn diese Annahme nur auf James Albträumen beruht, müssen wir das Ganze ernst nehmen. Reine zu Elisabeth und berichte ihr davon. Klar, mache ich. Kein Problem. Dafür bin ich ja da. So. Wähle der Village. Katja, das hört sich nicht gut an. Mit ihr ist nicht zu spaßen und wenn sie dafür der Nachtreiter von Dark Core ist, dann wäre das eine Katastrophe. Wir müssen ein weiteres Mal zum Dark Core Hauptquartier und überprüfen, ob Katja dort ist. Dann ist es auch wieder Zeit für einen Besuch beim Dark Core Hauptquartier, um dort nach dem Rechten zu sehen. Können wir herausfinden, ob Herr Sands wirklich das Buch, da die Serum in ihn hat? Können wir erfahren, ob er Katja wirklich herbeirief, um sie zum vierten Nachtreiter zu machen? Können wir herausfinden, ob sie Justin Darko aus freien Willen angeschlossen hat oder ob er gezwungen wurde? Wenn er gezwungen wurde, können wir ihm vielleicht helfen. Diese Fragen sind jetzt am wichtigsten. Der Auftrag ist sehr gefährlich, aber du hast es schon einmal geschafft. Mit den Resultaten deines Druiden Trainings glaube ich, können wir uns sicher sein, dass du es wieder schaffen wirst. Bist du bereit? Ich habe bisher aber noch kein Druiden-Training gehabt. Gut. Ich habe schon mit Captain Bruce gesprochen und er hat sich um deinen Transport zum Dark Core Hauptquartier gekümmert. Er will, dass du vom Weingarten Diesel mitbringst. Er braucht Treibstoff für die Bootstour, die dich zum Dark Core Hauptquartier bringt. Kommst du sowieso am Weingarten vorbei? Kannst du also ein Fass mitnehmen? Viel Glück, Vivian. Sehr vorsichtig. Möge dich letztlich Edins beschützen. Das eskaliert aber hier gerade wieder richtig. Da werden wir jetzt vom Landboot nochmal ein bisschen Diesel mitnehmen. Hätte natürlich auch einfach zu süß farm reiten können, aber es wäre ja auch zu einfach. Ach, ich muss die Wachen jetzt bestimmt fragen, ne? Oder gar nicht. Hallo Vivian. Ein Fassbootstreib... Boot... Bootsstreib... Treibstoff für Captain Bruce? Schwieriges Wort. Das stimmt. Das Fass steht fertig vor dem großen Tanga beim Ausrüstungsgeschäft. Du kannst es nicht verfehlen. Nimm das Fass und transportier es auf den Pfadrücken zu Captain Bruce ins Westkampfischerdorf. Ah, nee. Ja, natürlich kann ich damit auch. Ja. Sprengen, ohne dass es runterfällt. Ah, da kommt wieder die schöne, harmonische Musik. Und ich hoffe mal, wir können einfach gleich dorthin schippern zum Hauptquartier und müssen jetzt nicht nochmal 30 Millionen Jahre warten. Oh, mein Dank für die Lieferung. Das wird für beide Wege reichen. Aber, aber, der Steuermann sollte hier sein. Er weiß doch, dass er helfen muss. Wir müssen bis morgen warten und hoffen, dass er auftaucht. Du hast keine Zeit, so lange zu warten? Okay, aber wo kann er denn sein? Was verspätet mein nördliches Auge beim Bade des Prophetens? Ich glaube, ich sehe ihn auf seinem Motorboot beim westlichen Strand. Dort beim roten Haus. Siehst du? Oh, reite zu ihm. Ja, klar. Mach ich. Oh nein. Was ist denn jetzt mit dem passiert? Hallo, ich weiß, dass ich dich zum Dark-Hauptquartier bringen sollte, aber es kam etwas dazwischen, das ich erst machen wollte. Du verstehst schon, ich habe eine tolle Frau, die ich sehr liebe. Sie muss sich um unser Garten kümmern, wenn ich auf hoher See bin. Wir sehen uns fast nie. Wir kommunizieren also per Flaschenpost. Ein sehr verlässliches Kommunikationsmedium. Ja, natürlich. Frei von Briefmark und Kabeln. Heute habe ich keine Flaschenpost finden können. Normalerweise kommt immer eine hier an. Ich wollte die Flaschenpost finden, bevor wir losfahren. Kannst du mir helfen, die Flaschenpost hier am Strand zu suchen? Wir können los, sobald wir sie gefunden haben. Ich habe Angst, dass wir sie nicht finden. Also wenn man sonst keine Probleme hat. Die Welt geht unter und darf Flaschenpost spielen oder was? Männer. Aber wir haben sie jetzt finden können. Danke, Vivian. Jetzt geht es mir wieder gut und ich muss mir keine Sorgen machen. Kannst du mir bei noch etwas helfen? Nein, du hattest nur einen Gefallen frei. Ich brauche mehr Flaschen für meine Flaschenpost. Ich sammle normalerweise Flaschen im Westkopf-Fischerdorf. Die Leute werfen ja ihre Flaschen überall hin. Wenn du also ein Dutzend Flaschen für mich sammeln könntest. In der Zwischenzeit werde ich das Boot betanken und alles vorbereiten. Ich werde neben Captain Poos anlegen. Wir sehen uns, wenn du ein Dutzend leere Flaschen hast. Ähm. Was war das gerade? Na gut, das wird ja hoffentlich schnell gehen. Mit dem Einsammeln. Ach ja. Was machen wir noch? Dann bringen wir die leeren Flaschen zu unserem neuen Lieblingsfreund. Und dann würde ich an der Stelle die Folge beenden. Und in der nächsten Folge werden wir wieder zum Darko-Hauptquartier reiten. Und was bei der Hexe Pi ist, das interessiert jetzt auch keinen mehr. Was die immer noch in diesem Sommer... Ach so, das ist ja Leuchtturm. Ich dachte, da gibt gerade irgendjemand diese Leuchtsignale. Ja, das interessiert jetzt auch keinen mehr, was mit der guten Frau ist. Und was mit dem Sommerhaus ist. Weil die müssen ja eigentlich wieder zusammengeführt werden rein theoretisch. Elf. Oh, nochmal zwölf. Los Gold-Hope. So. Dann werden ich hier jetzt die Folge beenden. Und in der nächsten Folge werden wir uns mit dem Steuermann wieder auseinandersetzen, dem die zwölf Flaschen, also die zwölf leeren Flaschen überbringen. Jo. Und dann bin ich gespannt, was wir im Darko-Hauptquartier nun erleben werden. Und ich hoffe natürlich, dass euch die heutige Folge gefallen hat. Und dass ihr in der nächsten Folge von Stark selber online wieder mit dabei sein werdet. viel 있는 Flaschennis. Vielen Dank.